Radfahrts, 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 ganz viele Radfretze. Esch kriegt das gut hin. Fürs erste Mal auf jeden Fall gut. Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTru. Hallo. Es ist heute so warm, dass wir beschlossen haben, einmal zum Strand zu fahren. Und mal gucken, wie das Wasser ist. Freut ihr euch drauf? Ja, wir haben auch alles mit. Was haben wir denn alles mit? Nicht so richtig alles. Eine Krebsange. Und das neue Schlauchboot, das Ersch gekriegt hat. Mit Rudern. Und noch ein Surfbrett. Ich meine ein Schwimmbrett. Genau, eine Schwimmhilfe ist das. Und dann auch alles mögliche. Genau. Und jetzt fahren wir erstmal dahin. So, wir sind jetzt in den Schönberg angekommen. Wir haben den Schönberger Strand Kalifornien irgendwo. Das ist jetzt da vorne vor uns. Ja. Und da suchen wir uns jetzt gleich einen Parkplatz. Und dann geht's ans Wasser. Jo. Hey Ash, wirfst du schon die Angel aus? Was willst du fangen? Blumen? Blumen? Das ist übrigens eine Krebsangel hier. Wir wollen die Pokémons machen. Max holt die Strand-Pokémons. Und die Pokestop. Vielleicht findest du hier ein Wasser-Pokémon. Ja genau, ein Wasser-Pokémon wird's hier bestimmt geben. Ja. So, wir haben Drachen nicht mitgenommen. Wir haben auch so eine Matte. Hätten wir mitnehmen können. Ja. So, jetzt sind wir endlich am Strand. Ja. Und? Ja. So, jetzt ist es auf einmal kalt, obwohl das eigentlich ziemlich warm ist hier. Okay. Und wir wollen ja hier heute nochmal das Schlauchgut auspacken, ne? Ja. Okay, dann geht's mal los. Gucken wir mal. Schön mit den Sandfingern da ran, das macht nix. Ja. Das landet sowieso gleich im Saan. Äh. Und? Mama ist auch mit dabei. Soll ich helfen? Ja. Kannst du mithelfen? Dann kannst du mal hier zu dem Schlauchboot gehören ja hier auch noch diese Paddel dazu. Ja. So, da sind schon mal die Paddel. Und hier ist unser riesen Schlauchboot. Aber ist es nicht für eine Person nur? Ja, höchstens eine Person. Das ist ein Badeboot. Ein Badeboot für Elf. Da fährst du genau rein. Und dann kannst du richtig gut mitspielen. Das ist auch nicht so groß und unhandlich, ne? Ein bisschen aufrufen jetzt, ne? Okay, dann wollen wir mal aufrufen. So, fertig ist das aufgepustet. Ja. Das Superboot. Super, super, super. Und dann kannst du jetzt auf große Fahrt gehen. Auf geht's. Und das ist doch richtig cool, oder? Ja. Hey. Ja. 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 Jetzt müsstest du eigentlich die Ruder haben, damit du vorwärts kommst. Ja. Ich weiß nicht. Setz dich mal richtig mit dem Hintern rein. Füße gerade raus. Genau. Und jetzt kannst du die Füße runterlegen, die Füße. die Knie runter machen. Ja. Und jetzt könntest du die Ruder nehmen. Und rudern. Und Emma, viel Spaß damit. Ja. Okay, aber nicht drehen. Wir wollen da hinten hin zu der Mole. Ja. Du fährst in die falsche Richtung. Ja. Ich kann hier drehen. Ja. 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 Genau. Einfach ein bisschen ausprobieren. Das kriegst du schon hin. Ja. 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 Esch hat jetzt ein bisschen experimentiert, wie das hier funktioniert. Und? Hast du es jetzt raus, wie es geht? Ja. So. Ach, vorne. Ja. Und? Ja, genau. Oh, jetzt geht's los. Jetzt wirst du schneller. Also, ich bin der Meinung, Rudern ist auch nicht ganz so einfach. Gerade wenn man es noch nie gemacht hat und das Schlauchboot, das dreht sich auch sonst wie hin und her. Aber? Esch kriegt das gut hin. Fürs erste Mal auf jeden Fall gut. Ich hab Paras. Hey, geil. Ich hoffe mal, ihr hört mich, weil es ist halt extrem windig wieder mal. Mit einer Hand Curved Ball ist schwer. Aber hier muss der irgendwo sein. Ich mach mal Kamera an. Da vorne ist er. Ja. Äh. Deshalb sollte man nicht Curved Ball werfen. Oh, da unten muss ich mal mit dem Schatten. Hehehe. So, hab ich ihn? Hab ich ihn? Mein bestes Pokémon ist ein Entoron. Mit 734, da kommt Topo, 615 und dann, ja. Smetbo. Ich hab ne Idee. Kann man ein bisschen Rauch anmachen. Hm. Das, glaub ich, bringt sogar ein bisschen los gerade. Weil, ja. Ich bin hier halt einfach am Strand. Auch. Aktivieren. So. Aktivieren. Hinten ist irgendwas. Was ist das denn da hinten? Ach, was ist denn so ein Fokus da hinten? Ja, ich bin hier am Schönberger Strand. Oh, ne. Da ist einfach Radfratzen mehr drin. Hehehe. Geil. Wo sind das? Ne? Radfratzen. Da. Ja. Und ja, also. Ich hoffe mal, das ist es. Das sieht auf jeden Fall hier gut aus. Ja. Ich glaub, ich geh immer alles weiter. Yo. Sind hier viele in der Nähe. Papador, Taubsee. Radfratz, Radfratz. Paras, Quapsel, Nebulak. Taubsee. Alles klar. Was ist da drin? Pondiu, Pondiu. Pondiu? Wo bist du? Da. Als auf der 128 wäre. Ist das voll gut eigentlich. Ey. Ich will dich haben. Ah, geht ab. So. Und jetzt. Würde ich gerne das Pondiu haben. Wenn es drin bleibt. Bleibs. Ja. Und jetzt haben wir hier Kapador, Taubsee. Ja, Radfratz, 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 Radfratz. Da hast du wieder Radfratzen. Das ist einfach zum Ende. Einfach nochmal so kurz fangen. Darf ich es jetzt haben? Hehehe. Hey. Meine ist ausgebüxt. Nein. Bitte. Bitte bleibt drin. Bleibst du. Bleibst du. Bleibst du. Komm, bleib drin. Bitte. Bleib. Ja. Ja. Das war ein schöner Tag am Strand. Ja. Ja. Die Sonne war schön da. Wir waren schön im Wasser. Es hat gelernt mit dem Schlauchboot zu fahren. Ne, Moisje? Ja. Und wir haben einen Toten gekriegt. Ja. Einen Toten, genau. Wir wollten eigentlich noch einen Himmeln fangen. Das hat aber ein wenig geknappt. Ja. Wenn euch unser Video gefallen hat. Dann gebt uns eine Woche. Wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr nicht so frohste passen wollt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 асс